Art Kontroller.Rendeik Artile 8 Röfershagen, Deutsche Presseagentur, Minis der Mordfall von Röfershagen, Landkreis Rostock Minis bei dem drei Menschen getötet wurden schockiert die Einwohner des Ortes östlich von Rostock an der Bundesstraße 105 der alle sind hier entsetzt, sagte Bürgermeisterin Fener Schöne am Freitag der Deutschen Presseagentur. Ein 26-jähriger Mann aus dem Ort soll seinen 52-jährigen Vater, die 48-jährige Mutter und die 25-jährige Schwester umgebracht und die Leichen etwa 12 Kilometer entfernt in einem Feld vergraben haben. Der Mann ist laut Staatsanwaltschaft geständig ersetzt in Untersuchungshaft. Die betroffene Familie habe noch nicht sehr lange und zudem sehr zurückgezogen in dem Ort gelebt, sagte Schöne. Im Ort sei nur die Mutter etwas bekannter gewesen denn sie habe als Reinigungskraft in einer Sporthalle gearbeitet. Die Tochter soll an einem anderen Ort gewohnt haben aber des öfteren bei den Eltern gewesen sein. Die Gemeindevertreter wollen an diesem Montag bei einer geplanten Ausschusssitzung beraten was man nun tun könne. Röfershagen liegt im Speckgittel von Rostock ist seit 1990 stark gewachsen. Lebten 1990 hier rund 1500 Einwohner so sind es nun rund 2600 Menschen. In einem der Baugebiete aus den 1990er Jahren steht das Haus der Familie in dem Polizisten am Donnerstag Spuren gesichert haben. Laut Gemeindeverwaltung sollen die getöteten Eltern es erst vor wenigen Jahren von Vorbesitzern erworben haben. Der Mord soll sich bereits vor etwa acht Wochen ereignet haben. Die Schwester des Vaters und Tante des Tatverdächtigen hatte eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Bei Fragen von Nachbarn soll der 26-Jährige erklärt haben, dass Eltern und Schwester im Urlaub sei in .copyright.deutsche-presse-agentur.info.com.deutsche-presse-agentur.220401997546553 Untertitelung des ZDF für funk, 2017